Das Bundesarbeitsministerium bestätigt Doppelzahlungsmöglichkeit der Energiepreispauschale für Rentner und Arbeitnehmer in einer Person. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 14. Oktober 2022 ein Video veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal Rentenbescheid24.de und da ging es um die Variante, dass ich als Rentner und Arbeitnehmer zweimal die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen kann. Und ich habe dazu auch auf unserer Internetseite von Rentenbescheid24.de unter dem Stichwort Aktuelles einen Beitrag veröffentlicht und dort finden Sie auch ein Screenshot, ich halte es vielleicht mal hoch, auch wenn es vielleicht in der Kamera jetzt schlecht zu erkennen ist, ein Screenshot der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und zwar zum Thema Fragen zur Energiepreispauschale für Rentner. Und dort schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wie ist zu verfahren, wenn ich die Energiepreispauschale als Rentner oder Rentnerin erhalte, obwohl ich die Energiepreispauschale für Erwerbstätige und dann kommen noch weitere Fallkonstellationen erhalten habe. Antwort, die Zahlungen schließen einander nicht aus. Sie können in beiden Personenkreisen anspruchsberechtigt sein. Sollten jedoch mehrere Renten bezogen werden, also der Mehrfachrentenbezug, dann wird die Energiepreispauschale nur einmal ausgezahlt. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob Sie möglicherweise Anspruch auf die Energiepreispauschale als Rentner haben und zuzüglich Energiepreispauschale als Erwerbstätiger, Minijobber und so weiter. Also jetzt ist klar, höchste Stelle in Deutschland bestätigt genau diese Rechtslage, dass Sie in dieser Fallkonstellation, wenn Sie als Erwerbstätiger einmal die 300 Euro bekommen haben und als Rentner ab dem 01.12.2022 auch anspruchsberechtigt sind für die Energiepreispauschale, beide Leistungen erhalten können, sozusagen doppelt kassieren können. Und ich finde, das ist eine gute Lösung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.